Gut. Ähm, ja. Das war jetzt eigentlich nicht mein Begehren. Aber egal. So, der läuft gerade. Das bedeutet... Ja. Absolut. Das ist jetzt Chico? Ja, es ist Chico. Es ist Chico. Okay. Ah, der typische Sound. Was? Okay, Boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Mission Info has been updated. I've logged the RV on your map. Okay, now carry Chico there. The map has been updated. So, stop. Ähm. Ah. Da hab ich doch mal ne Pistole. Deshalb wo... Weshalb hat er dir denn die ganze Zeit nicht gegeben, hm? So. Na? Schleppst du jetzt ein? Gut. D. Wir müssen jetzt da hin. Gut. Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Gut. Gut. Boah, Chico. Ernsthaft. So. Ich muss mich bei allen hier aus dem Lichtkegel rauskommen. Oh. 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 Ähm. Ja. Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Und zwar... Ich glaube, das war ein Fehler. Na. Na? Ich hätte gerne das Ding. Gut. Dann kann ich schon mal laufen. Würde ich sagen. so ganz vorsichtig. Ja. Ich hoffe, du schläfst recht. Okay. Gut. Was? POS ist dead? Chico, wo ist POS? She's dead. When was this recorded? She's dead. Okay. Okay. Okay, now use your eye droid to call the chopper for pickup. Ähm, Menu? Äh. Media antworten. Ja. Roger that chopper request. It's headed your way now. Haben wir hier noch? Ich würde sagen, du kommst mal so... Du kommst mal so lange mit und wir verstecken dich hier in der Höhle, dass du so ganz unauffällig spürst. So. Und... Ah, da kommt der Heli. Schön. Ja, ich höre dich. Da. Wunderschön. Ich würde vielleicht nicht zur Seite gehen. Ich würde vielleicht nicht zur Seite gehen. D. Chico's Tape. Think it could give us a clue to POS's location. Use your eye droid to listen to it. Okay. 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 On your feet. Okay. Ich bin aktuell da. Und ein flag. Must be near the heliport. A gate. Ein Tor? Wart mal. Wart mal. Das klingt irgendwie nach hier, oder? Wo müssen wir jetzt hin? Ich muss jetzt sozusagen... Ich muss jetzt sozusagen... das rausfinden, wo Pass hingegangen ist, ja? Ich würde sagen, die liegt hier irgendwo. Denn... rausgekommen. Tor. So ganz zufällig. Würde ich mal sagen. Pass finden. Gut. Walkman. Kassette abspielen. Kassette abspielen. Ah, ne. Mach ich jetzt nicht. Brauch ich jetzt nicht. So. Hinlegen. Pistole. Pistole. Ernsthaft? Wieso bewegst du dich? Wieso bewegst du dich? Guck mal, es sind keine weiteren hier. Ah, guck mal. Ich habe jetzt hier irgendwas bekommen. Was habe ich denn hier bekommen? Ich habe hier... das bekommen. Ich möchte aber das nicht. Boah, ich fühle mich hier nicht sicher mit den ganzen Strahlern. Das ist wirklich gar nicht so geil. Okay. Na? So, du bist weg. Ich schlag mal nach. Komm schon. Schlaf doch einfach ein. Ernsthaft.